Wie viel? Was raten Sie mir? Was wollen Sie her? Was möchten Sie trinken? Was möchtest du werden? Was möchten Sie zum Frühstück? Welches Gemüse hast du? Wie sind die Museumsbesuchszeiten? Entschuldigung, wie spät ist es? Wann ist Mittagszeit? Wann ist Abendessen? Wann gibt es Frühstück? Was ist Ihr Beruf? Wie heißt du Was ist die Sprache der Sprache? Was gibt es in der Stadt zu sehen? Wie schneiden Sie heute? Wie lautet der Titel des Buches? Wie heißt die Hauptstadt der Schweiz? Was wird im Fernsehen gezeigt? Was verhindert eine Krankenversicherung für Katzen? Was brauchen wir noch? Wie hoch ist der Zimmerpreis pro Nacht? Was macht Peter? Wie viel kostet die Fahrt zum Bahnhof? Wie hoch ist der Fahrpreis zum Flughafen? Wie viel kostet es, in einer Kutsche zu schlafen? Was wirst du heute kochen? Was ist Ihr Beruf? Welchen Beruf üben Sie aus? Was haben Sie geraten? Was hast du gegessen? Was hast du gelernt? Welche Farbe hat die Sonne? Gelb Welche Farbe hat der Schnee? Weiß welche Farbe hat der Himmel? Blau welche Farbe hat Orange? Orange Welche Farbe hat das Gras? Grün Welche Farbe hat der Boden? Welche Farbe haben die Begleiter? Aschfall Welche Farbe hat die Felgen? Schwartz Welche Farbe haben die Felgen? Schwartz Wie heißen die Kinder der Nachbarn? Wie hoch sind die Gebühren? Wie sind die Kontrollzeiten des Arztes? Dürfen Sie meinen Hund mit ins Hotel nehmen? Darf man im Flugzeug rauchen? Darf man im Krankenhaus Bier trinken? Gab es eine englische Übersetzung des Filmdialogs? Vier höfliche Kinder? Wir sind auf dem falschen Weg. Wir suchen einen Sportartikelhändler, um einen Fußball zu kaufen. Wir suchen eine Apotheke, um Medikamente zu kaufen. Wir suchen eine Metzgerei. Wir suchen eine Metzgerei, um Salami zu kaufen. Wir werden um die Welt reisen, wenn wir im Lotto gewinnen. Wenn es regnet, nehmen wir ein Taxi. Wenn es nicht bald kommt, packen wir es als Geschenk für Sie ein. Wir wollen zu Mittag essen. Wir wollen zu Abend essen. Wir wollen frühstücken. Wir wollen uns bald mit den Menschen verständigen. Wir wollen ins Kino gehen. Wir wollen nach Hause. Wir wollen Salami kaufen. Wir wollen Medikamente kaufen. Wir wollen Fußball kaufen. Manchmal gehen wir schwimmen. Wir spielen Fußball. Wir arbeiten nur fünf Tage. Wir brauchen Pizza und Spaghetti. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Fisch und Steak. Wir brauchen Karotten und Tomaten für die Suppe. Wir brauchen Brot und Reis. Wir brauchen Brot und Reis. Wir müssen dorthin zurückkehren, wo wir hergekommen sind. Wir müssen sofort zur Arbeit gehen. Wir müssen sofort zum Arzt. Wir müssen sofort zur Schule. Im Winter bleiben wir lieber zu Hause. Im Sommer gehen wir gerne wandern. Wir lernen Französisch. Wir hoffen, dass unsere Tochter heiratet. Wir hoffen, dass er Millionär ist. Wir hoffen, dass er viel Geld hat. Heute hatten wir genug Zeit, um die Töpfe zu gießen. Wir mussten das Geschirr spülen. Wir mussten die Wohnung organisieren. Aber er erschien nicht. Wir haben einen Wunsch. Wir haben keinen Wunsch. Wir sind nicht gekommen, weil unser Auto eine Panne hatte. Wir wollten nicht lange bleiben. Wir wollten nichts trinken. Wir wollten niemanden stören. Wir lernen. Wir lernen die Sprache. Wir sind hier. Wir haben Unterricht. Jetzt gehen wir ins Wohnzimmer. Heute putzen wir das Haus. Wir sind in der Schule. Wir sind eine Familie und mittags gehen wir alle in die Betriebskantine. Wir sind hier. Waschen Sie Ihre Hände, bevor Sie sich an den Tisch setzen. Warte, bis der Regen aufhört. Warte, bis ich bereit bin. Warte, bis es zurückkommt. Warte eine Minute. Warte eine Minute. Warte eine Minute. 2, 22 Kilo. Zwölf Monate sind ein Jahr. Dienstag ist morgen. Morgen werde ich wieder zur Arbeit gehen. Heute ist Samstag. Toastbrot mit Wurst und Käse. Er schreibt, er arbeitet, er arbeitet. Er arbeitet, er will, er will, er will, er verset, er verset, er verset. In die Disco, in die Disco, er nimmt mit, lernt, lernt auswendig. Reageert, er wird, er wird, er wird, er wird, er wird, er wird. Er lebt, lebt, lernt, merkt sich, trainiert und hat Zeit. Er möchte Lust haben zu essen, zu kommen und zu dienen. Er langweilt sich, er langweilt sich, er hat Angst, er fragt und erkündigt sich. Fragen, 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 antworten, antworten, antworten zum Konzert. Donnerstag, der dritte, das sind die Studenten. Es ist von sehr guter Qualität. Das ist der Mantel meiner Kollegin. Sie dürften lange aufbleiben. Sie dürften im Hof spielen. Sie haben den Zug verpasst. Sie hören gerne Musik. Sie tanzen nicht gern. Sie sind nicht gekommen, weil sie den Zug verpasst haben. Sie wollten das Zimmer nicht aufräumen. Er wollte nicht ins Bett gehen. Sie waren beide durstig. Sie sind nicht wie alle hier. Sie sind hier. Das sind die Jahreszeiten. Das sind die sechs Monate. Das sind die CDs. Das sind meine Bücher und diese sind auch sechs Monate hier. Morgen gibt es hier eine Party. Kein heißes Wasser und kein Fernseher im Zimmer. Dann gibt es hier eine Party. Das ist die Uni, die Uni, die Uni, die Uni, die Uni habe. Vielen Dank.